herzlich willkommen wieder hier bei mir auf meinem youtube-kanal und ich habe mir überlegt 2020 war gut 2021 war gut knapp anderthalb jahre stream ich dabei sind definitiv sehr viele clips entstanden und die besten clips die mit den meisten views mit den meisten likes habe ich zusammengeschnitten habe ich rausgesucht und mal ordentlich zusammen gebastelt natürlich die von 2020 und 2021 also beides zusammen und ein riesen dank geht natürlich raus an meine ganzen mods an meine familie an die treuen zuschauer hier auch emily cheesecake kilian mark und wie sie alle heißen alle die irgendwie dazu beigetragen haben dass dieser kanal überhaupt entstanden ist die mir geholfen haben irgendwas mit einzurichten die mir geholfen haben alles mögliche mit auf die beine zu stellen und diesen witzigen content rauszubringen und wenn ihr noch mehr clips sehen wollt schaut gerne bei mir vorbei nächstes jahr werden bestimmt wieder astreihen und extrem viele neue clips entstehen lustige clips und es werden auch definitiv wieder zusammenschnitte kommen mit weiteren clips die bisher noch nicht so auf tik tok erschienen sind auf instagram erschienen sind oder auch hier auf youtube aber auf jeden fall das soll es mit den clips für dieses jahr gewesen sein und pünktlich im dezember kommt das wieder natürlich online natürlich ja und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel spaß beim zuschauen und auch ganz 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 viel spaß beim mit lachen und ich hoffe wir sehen uns in den streams wieder und jetzt hau rein leute und viel spaß bei den clips mutti 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 ist zwar kein goldfisch gerade aber Mutti Oh ist das schön hier Das ist aber schön hier Das ist aber schön Das ist aber schön hier Das ist vollzweig hier Das ist aber schön hier Schon mal einen Fisch auf einer Rolltreppe gesehen Treppenfahren Ja schon mal einen Fisch auf einer Rolltreppe gesehen Also hier geht's Ja Rolltreppe fahren Ja Techno Fisch Techno Fisch Die Süßigkeiten gibt man bei mir ab Weil irgendjemand muss die ja vernichten So ein Ding ist das Ja Aber ich denke mal Wenn ich das schon ausgepackt hatte Ihr wollt bestimmt meine hässlichen Zeichnungen auch noch alle sehen Oder? So Erstmal hier wieder Ich brauche mal wieder ein paar Donations Nein Spaß Erstmal komplett zerfickt Mein Hefter Was ist hier los? Die Pump ist geil Die Pump ist geil Colin lasst mich doch rein Mann Digga die Waffe ist halt leer Alter Du hast den Weg blockiert Ach Digga Du hast den Weg blockiert Alter ob man den Weg blockieren kann Digga Was ist das denn? Ah Digga Der hat mir voll in die Fresse geschossen Oh mein Gott Doch nicht du Ich glaube nicht dass du das aufnehmen willst Ich und Colin Ja ja Emily Wir beide fetzen uns Und Colin nimmt uns das Nimmt sich das auf Emily welche Stellung nochmal Ja moin Erstmal reingekrassen Genau das meine ich Genau Ja Chili Ich muss noch Aufbau machen Emily Heute sagst du noch so Nee Spaß Aber Ich werde mich mit Sprechen zurückhalten Weil das noch ein bisschen weh tut Ach Adrian Okay ja Süß Sehr süß Ist das gut Oh Sniper Irgendwas stimmt mit Piper nicht Oh baby Ich liebe die Sniper Kuss Bruder Ich liebe Sniper Das war jetzt einfach Guck mal Ich bin dran Ui toll Jesus ist es am Arsch der Heide Ne ich bin genau Richtig Ich bin am Arsch der Heide Was ist denn am Arsch der Heide Tadaa Da ist die Mo Also danach So Strater Tellers eigentlich Also so Soft Ice Oder so Eis am Kugel Kugel am Eis Eis am Kugel Kugel Eis Eis am Kugel Mhm Ich bin ein Schrank Ich bin ein Schrank Ein leuchtender Schrank Ich bin ein Schrank Eierschwitzen am Start Huuu Hab mich grad an den Keks verschluckt Bruder jetzt hab ich aber wirklich Eierschwitzen What sugar What sugar You can do for my AAAAAAA Solange das nicht geklippt wird Ist ja alles Nicht den Gang Den anderen Gang Der daneben ist Um die Ecke Nein Runter Geradeaus 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 Und dann rechts Geradeaus Geradeaus Und jetzt kommen Fuck Ich hab keinen Bock Das war zu Fuck 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 Digga Er hat Er hat Er hat bestimmt siebenmal den Schrank ausgemacht Und ich habe Die letzte Handfahrt Da hab ich mit ihm gekämpft Digga Er macht Schrank auf Ich mach Schrank zu Er geht weg Er kommt wieder Macht Schrank auf Ich mach Schrank zu Digga Ich hab so Ich hab so Eier Schwitzen Alter Hahahaha 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 Ja natürlich Vor allem Was für Punkte Bruder Das ist eine weiße Wand Also wer da Punkte sieht Der sollte definitiv weniger nehmen Definitiv Das ist eine schneeweiße Wand Da hinten Da sind keine Punkte Warum sind da Punkte Bruder Hör auf zu nehmen Eins in den Chat Mann Eins in den Chat Eins in den Chat Jungs Eins Ein Autokill Und den epischen Alter Das ist die beste Masche Ein Auto Und Alter Alter Rein in die Oh mein Gott Digga Das war der letzte Ich hab darauf gar nicht geanscht Ich auch nicht Ich auch nicht Alter Respekt an uns Jungs Bruder Lass mal kurz zurück zur Lobby Ich muss auch noch kurz zur Lobby Ich muss noch mit Meine Meine Marmur Braucht irgendwie Hilfe Alter Was läuft Jungs Alter Bruder Dann geh ich mal kurz In den Pause Be right back Und Ich mach mir mal kurz Essen Ich mach mir mal kurz Essen Wenn jemand in den Chat reinkommt Sprich einfach Ja ja Wir sind ja da Wir sind ja da Ja Dann hol ich mir mal ein paar Schnittchen Ein Sieges Und ja Jawoll Oha Oha Das war wahrscheinlich der Epische Kill Überhaupt In der Geschichte Wo ich Fortnite zocke Boah Der war Ich gesprung Ein Weinglas Man reichelt mir den königlichen Wein Bier zum Wein Das lasse sein Wein auf Bier Das rate ich dir Uff Bruder Wenn das mal kein Ähm Kein Clip Wert war Gerade Uff Ach ne Die haben mich ja hier um die Ecke Fetziges zum Armbrot mache Oh ein tanzenes Reh Perfekt Habt ihr das hier sehen Ein tanzenes Reh Boing Boing Aha Ich hab voll den Groove Alter Heute kein Forti Lecki lecki Ich muss warten Bis meine neue Millie ist ein bisschen inaktiv jetzt geworden Wenn ich hier bin Papi schreib mal an Ich hab schreib mir sie an Zeig noch mal Nummer liegen Muss ich ja vorrennen Tu mal liegen Ah ja Ich renne mal vor Soll ich rum jetzt rein Den kann ich ja nie Bilder gucken Ja Erwischt Da dreht das sich noch mal um Erwischt Erwischt Schlimmer Finger Du Das hätte jetzt die Cam sehen müssen Das hätte die Cam sehen Das stimmt andersrum Newbie hat am meisten Schaden gemacht Ja Oha Eier Lüft Glückwunst Ja Leute Autogramme Hä? Ich hab zwei Komm gib mir noch einen Dann hab ich gewonnen Dann hab ich mein Schlüssel Jetzt du Komm Ah nein Ja Autogramme und Fotos geben später Ja Dies als Erster Ich Zweiter Ist okay Das ist bad Es scheint dass wir das Ende Hau ab Hau ab Hau ab Egal wer das hier grad neben mir ist Einfach abhauen Oh Oh Digga als ob Einmal quer durch die Balachei Alter Hat der mich grad genutzt Oh Der hat mir so die Beine geöffnet Digga Uh Als ob der schießen kann Ja du musst ein bisschen im Zickzack laufen bei dem Affen Digga Der öffnet mir das Arschloch alter Unfreiwillig natürlich Ich Aber der ist nicht guter Der Keller Na das wird jetzt ein Bot sein es ist nicht so Es ist nicht so